Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder euer Drani und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Battleground Commentary. Das geht jetzt alles einfach schnell, ich bin reingekommen, die hatten gerade mal 10 Punkte oder so, das ist ja kaum schlimmstisch auf, weil das geht ja noch. Ähm, Tempel von Cozmoge, ich hab natürlich überhaupt keinen Bock drauf. Erstmal machen wir den Rogue hier langsam, dann stunnen wir ihn, dann gibt's hier Wings und alles, dann nochmal und fall um. Hallo Worry, ich kann dich noch nicht stunnen, aber den Rogue kann ich nochmal angreifen. 3, 2, 1, tot. So Worry, stun und tot. So, da ist Priest, da war gleich einer, so tot. Freedom, auf die anderen. So, mal ein bisschen heilen, während ich hier festgefroren bin. Gehen wir auf den Decay, Demon Hunter. Decay. Können wir den heilen. Ah, nein, so spät, ich hätte gleich drücken sollen. Und jetzt einfach rein, Spam. Honk noch. Tschüss. Genau, mitteilen hier. Priest müssen Mana spart. So. Und. Regen. Ops. Ja, wir haben zwei. Was machst du wahnsinniger da? Sprich. Was macht der da? Was machen die da? Stunnen Rogue, Judgment drauf. Templars Verdict. So, die Anabolika-Katze. So mal. Stunnen hinterher. Die Mender von denen ist aber auch ein bisschen bescheuert, ne? Nein. Ah, das ist ein Tank. Ja, das ist klar, dass der so ist. Nee, 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 mein Freund. Genau, du bleibst hier. Du bist jetzt klanlos niedergezerkt. Machen wir mal ein bisschen mit. Hallo, Priest. Was auch immer die da versucht haben. So. Dispel. Regen. Wir gleich anfangen, wir sollen die Orbs holen. Mann, Mann, Mann. Hallo, Worry. Gehst du rein oder gehst du nicht rein? So bescheuert der Typ. So, haben wir uns jetzt auch mal ne Kugel. Kommt da irgendwo was? Nö. Wie viel haben wir? Alle vier. Cool. Das wird wahrscheinlich eins meiner schnellsten WGs dann hier werden. Weil seit langem war wieder ein sehr schnelles BG. Ja, der Tank. Komm, gleich alles drauf. Der soll gar nichts groß machen. Okay, es hat keinen Wert auf den. Jetzt kostet es zu machen. Jetzt muss ich mich hier langweilig aber verpissen. Genau deswegen nämlich. Ja. Oh ja, es ist 238 zu 890. Die haben keine Punkte. Ah, doch, die haben ne Kugel. Gerade eine aufgenommen. Ich muss gerade sagen, 52, 56. Na, es kommt voran bei denen. Die haben eine, die haben eine. Geht langsam gerade voran. Sehr langsam. Logisch. So, na. Zack. Zwei und einer. Es war klar, dass er ihn abfängt. Dann kann ich mir die Kugel hier holen. Der DK wird mich wahrscheinlich grippen. Neun tut er nicht. Gut, dann eben nicht. Momoka Freedom. Das war so klar. Bis bis load. Tschüss, DK. Krieg ich den? Ich wollte gerade sagen. Der DK ist tot. Hallo Farrell. Komm her. 3, 2, 1. Stun. Kann der mal... Ey, was... Der ist gestunnen und läuft einfach weiter. Das leckt aber dann schon ziemlich. Was ist denn der Hexer dazu? Was soll der das? Ah, cool. Das kann schon heilen. Ah, so schnell wird's dann doch nicht. Egal. So eindeutig eigentlich. Ne? Ja, es wird doch ein eindeutiges WG. Die Hexer haben genau 300 Punkte. Bei uns tickt's mit allen Vieren. Ach, hier ist es nur ja, was mit dem passiert. Hm, halt ich einfach noch ein bisschen. Großartig mit der Kugel jetzt irgendwo hin. Das macht wirklich Sinn. Lege ich den das dann. Nochmal. Vielleicht können wir noch einen killen. Ja, einen kill haben wir nochmal. Ja, haben wir noch schnell einen kill mitgenommen. Ne? Oh, sechs Stück sogar. Ja, ich sag dir wieder Dankeschön und wir sehen uns im nächsten Video. So, das war's dann wieder für heute. Ich sag wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Kommentar da. Einen Daumen nach oben. Und wenn du es nicht längst hast, ein Abonnement. Und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns im nächsten Video oder im Stream wiedersehen. In diesem Sinne. Tschüss. Oder ist immer首 burgers? Oder ist Passant unter, dass sich die billingС DMs. Und dann fall. Auch wenn wir uns im Maßnahmen mit ual willen, wenn wir uns 약간 righteousness zu treffen. Oder ist ja mitests.